Die Osterzahlenrätsel zum zweiten. Wir sind hier jetzt am Mischeln, damit möglichst alles mit rechten Dingen her und zu und her geht. Die Osterzahlenrätsel zum zweiten. Die Osterzahlenrätsel zum zweiten. Die Osterzahlenrätsel. Die Osterzahlen. Die Osterzahlen. Gut. Wir mischen wieder gut. Wir ziehen den dritten Preis. Die Osterzahlenzahlen. Die Osterzahlenzahlen. Und der dritte Preis hat die Kuhle. Emosa. Liara. Aus Adolf. Das passt hier rein. Also Karten Nummer drei. Das wäre das Zwei. Das Zwölfe. Das Achte. Das Sechse. 10, 13, 5, 14, 11, 2, 7, 1. Gratulation. Wir mischen und ziehen jetzt den zweiten bis. Das wäre die Karte A. Das wäre 3, 1, 8, 12, 14, 11, 10, 13, 7, 9, 6, 15. Das ist die beste Seite 5, 2, 4, genau, super. Da unten hat Gavolin Keller aus Etterhause. Gratulation. Jetzt geht es um den ersten Preis. Wer hat 1.000 Franken oder die Fränerin? 17.000. Da haben wir die Karte A. Das wäre 3, 12, 8, 6, 10, 13, 5, 14, 11, 2, 9, 7, 4, 1. Richtig. Herzliche Gratulation an Dominik Sennhause aus Dahlheim. Als vierten Preis haben wir den Spezialpreis vom Dorf Haft Guntershausen. Karte B. Das wäre ein Spiel vom Dorf Haft Gunter. Das wäre Dahlheim. Das wäre Dahlheim. Das wäre 3, 12, 8, 6, 10, 11, 12, 10, 13, 5, 14, 11, 2, 9, 7, 4 und 1. Jawohl. Das wäre eine Frau oder Fräulein Magdalena Bloch aus Elik. Herzliche Gratulation.